so da sind wir schon bei der nächsten tagesaufgabe wir sollen 500 schaden zufügen wie ihr seht unten ist nur noch eine zahl ich hab jetzt gar nicht geguckt aber ich glaube in die kommentare hat nämlich keiner was bis jetzt reingeschrieben aber der code wurde geknackt leider gottes warte ich werde es euch auch noch mal zeigen was wurde denn gekauft dafür irgendwas für 9,99 bei epic games also das kann ich sehen mehr kann ich leider nicht einsehen aber der code wurde geknackt ist noch 1 cent drauf mal gucken wer dann mal gleich was in die kommentare reinschreibt aber ihr seht ja unten steht wieder ein neuer code diesmal fängt die zahl der code wieder mit 0 an das zweite mal jetzt schon kann man den alten auf seite tun langsam freut sich so kurze erklärung wie gesagt unten kommt immer zahlen alle zehn abonnenten eine zahl und so geht es weiter also bei 280 kommt dann auch schon die zweite zahl und bei 290 die dritte zahl wenn du aber genau wissen willst wie das ganze funktioniert wie du die codes einlösen kannst einfach unten in der video beschreibung gucken da habe ich ein extra video zu gemacht wo ich mich einmal vorstelle und halt natürlich dann das erklären mit den codes an sich wie das funktioniert wo du den code abfragen kannst dazu ist schon mal generell noch ein eigener link von paysafe selber dabei und dann würde ich sagen in dem sinne gehen wir mal rein in die tagesaufgabe wir machen das ganze in gruppenkeile ich versuche direkt in der gegnerischen seite zu landen so dass die runde eigentlich gar nicht komplett machen muss weil wir haben ja noch die ganzen wochenaufgaben vor uns und eventuell kriege ich es heute sogar noch hin ein bisschen was von fifa aufzunehmen ich weiß nicht genau was ich mache aber da muss dann halt später mal gucken weil ich darf es ja schon seit 17 uhr spielen aber natürlich werde ich euch die wochenaufgaben zeigen das ist ja wohl klar so ihr wisst ja ladebildschirm like zeit kommentiert seid wenn noch kein abonnent ist hau jetzt ein abo raus wenn ich euch helfen konnte ihr wisst doch geben und nehmen und bis jetzt habt ihr mir 20 euro genommen und ich hoffe derjenige der den code geknackt hat schreibt bitte in die kommentare wer es war damit wenigstens weiß wem ich gratulieren darf sagen die man direkt zum retail würde ich sagen gucken vielleicht geht noch einer mit und ich habe geguckt von den wochenaufgaben kann ich eigentlich jetzt keine groß aus versehen machen sturmphasen kann ich anfangen aber ansonsten dürfte ich dann nichts aus versehen machen das ist nämlich immer das risiko wenn ich die tagesaufgabe hochlade dass ich dann schon quasi wochenaufgaben mache weil die sind diesmal bis jetzt bisschen speziell also nichts was im laufenden spiel einfach so passiert quasi so die tonne wird ich hier hinkommen das schon mal gut und wieder lande ich schon mal alleine so den hier muss das auch schon durchgezogen heißt wir werden safe gegner hier haben plus zombies ja hier sind selbst gegner ich merke schon daran dass es leckt also immer lustig wenn er direkt auf der anderen seite lande waffentechnisch natürlich total beschissen ja ich denke mir doch basen springe einfach da hoch dann direkt weiter ist dann keine hier gelandet von denen Was sind das denn für Waffen heute, ey? Jetzt wollen sie mich übertrollen. Mal gucken, wie man uns der erste hier begegnet. Schon nicht, glaubst du noch nicht. Und wie gesagt, wenn du das Video gerade siehst, der den Code geknackt hat, gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, erstmal, dass die anderen auch wissen, wer es war, wer ihnen quasi das Geld geklaut hat. Wie gesagt, 1 Cent ist noch drauf. Und ich halt auch weiß, wem ich da gratulieren muss. Ich muss es ja mal, muss ich halt sagen, Dankeschön. Warum ist hier keine Sau? Ich sehe nichts für nichts, dass hier keiner gelandet ist. Da haben sie dann drin... Na, ich versuche keiner. Na, gestorben ist auch noch keiner. Und auch einer von denen, aber das war es auch dann. Von dem Pump wäre mal recht angebracht. Dann, da, 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 da. Soooo... Da ist ja noch eine Kiste. Ach, schön den Kleider. Ahja. ausgelt sind wieder scheiß dach hier die als sie keine gegner sind von mir fällt gerade auf sind es jetzt rausgeholt die musik ist zwar noch da hier aber ich glaube die dings sind jetzt rausgeholt was heißt ich glaube sie sind rausgeholt weil sonst würde ich sie ja sehen keine auch keine ah ja die habe ich schon im blau jetzt können wir eigentlich langsam mal auf gegner ja genau hier ist ja keine ich kann diese zielfernrohr kacke nicht mehr sehen ich mag es eigentlich beide das kann ich sagen dass hier keiner landete oder die haben wir halt alle noch im sturm und heilen sich da haben sie sich auch wieder eine aufgabe einfallen lassen jetzt kann man erst mal die nächsten zwei tage alle sturm um ich würde sagen seltenvorratslieferungen wie jeden das war er der erste sturm fassel überlebt was ist da dann so da haben wir den ersten schaden gemacht weil irgendwo haben wir hier nur einen gegner aber der wusste doch überhaupt nicht was los ist dann kommt zeigt sich noch mal natürlich zeigt er sich nicht dann gehen wir noch mal zu retail weil den möchte ich mir jetzt noch holen weil auf bauen hat er anscheinend überhaupt keinen bock war da noch einer ja ist klar eben solo gespielt nichts getroffen so da fehlen uns noch 100 schaden wie ihr seht es ist einfach 500 schaden raushauen feierabend so ich weiß nicht ob ich hier noch einer war aber wir werden jetzt eh safe gegner finden von daher ja so weißt du necessarily wie geht das in dieser in der o noch in der in der in der in Ah, wo gammeln die denn wieder alle rum? Das hasse ich manchmal, gucken Keile. Finde es einfach keine Gegner. Ah, der hätte sitzen müssen. So, zack, kann man die 500 Schaden auch erreicht. Ah, hier ist gerade ein Gegner oben. Ja, sonst hat er wieder abgehauen. Das ist Team-Mate. Ein Wunder, 4 Kills. Noch nicht einmal gestorben. Helm ist nicht da. Ah, du Hund, du Hund, der nur auf mich gewacht ist. Aber der hat sich den Skingoel aus dem Shop oder Härte gemacht. So, sind hier einer da hinten. Da auch. Hinter mir ein Sventer auch. Ah, die neuen Sip-Chanas trotzdem. Genau scoped. Du, Azi. So. Gegner, Gegner, Gegner. Gegner, keine Gegner. Bum, bum, ab zum Jump-Hit. Ja. Ja, da war meine Team-Mate schneller. Ähm, warte, Gegner. Das muss er ja wohl verlieren. Warum ich jetzt dafür runtergesprungen weiß ich auch nicht. Obwohl zwei Teammates da waren. Ich hätte schwirren können, da war einer. Ich habe mich einer gefragt. Ja, da ist einer. Von wo? Ja genau, kann der eine nichts, kann der andere was. So, ich sag mal 10 Kills griechen. 10 Kills sind Pflicht. Ist hier einer gelandet. Ja, er steht im Baum. Zack. Da haben wir noch einen. Da haben wir dann zweite Sturmphase überlebt. Komm. Die Türen können da wehren, ne? Guck mir den Kopf. Ach so, bauen hier ist ein bisschen sch... Alter. Das wollen wir mal unbedingt perfekt treffen. So, bada bada. Weiter geht's. Ach, ich springe aber auch immer viel zu schnell runter, ey. Ich will jetzt gestorben an Fallschaden. Ich will jetzt mal... Ein Gegner gut. Nicht einen Hit? Das kann doch nicht sein, ey. Ich muss halt weglasern. Vier Schaden. Gääääh. So, 27 noch. Dann haben die es schon geschafft. Daraus versuchen wir natürlich irgendwie zu verhindern. Dann haben wir uns weg gelasert. Pfff. Ein Headshot nach meiner. Nein, nein. Ernsthaft jetzt. Was? Okay, das war auf jeden Fall Sniper 66 Meter. Ja, trotzdem. Da war doch gefühlt gar keiner. Den Kill musste ich mir mitnehmen. Genau. Nein. Dann kommt wieder einer von hinten. Man kennt ihn. Aber wir werden es wahrscheinlich doch noch gewinnen. Dann gibt es bestimmt wieder so 700-800 GP. Nein. Scheiße. Zack. Und wer war der letzte? Guck mal, der gibt immer noch welchen den Schaden machen. Das sind wahrscheinlich die hier einen Fallschaden sterben oder so. So, wie gesagt. 500 Schaden machen. Simpel. In einer Runde machbar. Wie viel HP haben wir jetzt bekommen? 920. Also Tausender ist fast immer fast, also fast möglich. Ich schätze mal, wenn ich die 120 habe, werde ich es doch da schaffen. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit der Aufgabe und haut rein. Bis zum nächsten Mal.